Ich habe erinnert, dass er an der Seite zu sehen würde. Ich habe erinnert, dass er mich mochte. Und in der Realität, ich wollte den Test machen. Und ich wollte ihm annoncer, dass er sieropositiv war. Jean-Benoise hat 35 Jahre alt eine Wunderschaufe zu Leitzebüch. Jedenfalls sind dann 11 Jahre HIV positiv. Das Virus ist aber nicht mehr enttäuschend. Wenn er ihn aber zu schaffen möchte, sind sie voll Schuldgefühle an das Stigma, den er normalerweise erlebt. Das ist deshalb, dass du nichts sagst. Du denkst, dass du etwas zu verabschiedern hast. Vielleicht. Vielleicht. Rot-Weiss-Groß. Ohne Kommentare, ohne Filter. Ein Sondage von HW7 nun, hier auf RTL.